Griechenland hat über Jahre erschreckend schlecht gewirtschaftet. Der Staatshaushalt war stark im Minus, ist jetzt noch stärker im Minus. Griechenland ist im Augenblick damit beschäftigt, die Zinsen für Schulden aufzutreiben, die aus der Vergangenheit stammen, und steht damit in weiterer Folge vor dem Problem, immer neue Schulden machen zu müssen, um alte Schulden zahlen zu können. Die dramatischen Defizite im Staatshaushalt, die Probleme bei der Sanierung des Landes, führen dazu, dass die EU eben jetzt noch einmal in die Pflicht genommen werden muss. Und so wie es aussieht und wie alle Experten argumentieren, gibt sie zu auch keine Alternativen. Der Ausstieg aus dem Euro für ein schwaches Land oder der Ausstieg einer Gruppe von stärkeren Ländern aus dem Euro ist zunächst einmal ein wirtschaftlicher Nasstraum der Rechtspopulisten quer durch Europa. Technisch gesehen, rechtlich gesehen wäre das durchaus möglich, wirtschaftlich gesehen, aber nach allem, was derzeit an Zahlen vorliegt, wohl ein Wahnsinn. Ein Beispiel würde Österreich aus dem Euro aussteigen, würde das gesamte Auslandsvermögen, das Österreicher haben, in der dann Nicht-Euro-Zone dramatisch entwertet werden, mit erheblichen Folgen für die gesamte Volkswirtschaft. Also zum einen, dass Griechenland vor der Sanierung stünde, war die Botschaft von nunmehr einem Jahr, mit dem ersten Hilfspaket im Ausmaß von 110 Milliarden. Jetzt stellt sich heraus, sie brauchen schon wieder Geld, weil dieses Sanierungspaket nun gar nicht gegriffen hat. Also wenn das so weitergeht, stehen wir tatsächlich irgendwann vor der Frage, ob es den Euro denn dann noch geben kann. Aber dann erhebt sich die Frage nicht mehr, soll einer raus oder soll mehrere raus, sondern dann ist es tatsächlich für alle aus. Muss man zweierlei sagen, die Wirtschaftskrise an sich war dem Grunde nach ausgestanden. Die Konjunkturindikatoren haben alle nach oben gezeigt. Das starke Wirtschaftswachstum der Vergangenheit werden wir zwar oder sollten wir zwar in Zukunft nicht sehen, aber sagen wir mal, wir hätten uns auf niedrigem Niveau stabilisiert. Wenn es aber nach Griechenland, Portugal, Spanien, in weiterer Folge möglicherweise auch Italien ins Schleudern kommen, dann hätte das katastrophale Folgen für den gesamten Finanzsektor Europas, hier insbesondere die Banken und die Versicherungen. Und dann heißt es wirklich, wie zu befürchten, ist warm anziehen. Das sind aber Szenarien, zu denen es kein Beispiel gibt bisher. Es hat noch niemand eine derartige Krise am eigenen Leib erlebt. Es traut sich auch niemand zu sagen, was dann wirklich passierte. Aber in Journalistenkreisen wird halb scherzhaft, halb gequält gemeint, dass dann jedenfalls das Licht ausginge. ... ... ... ... –